Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich ein richtig cooles Video für euch und zwar Was Mädchen tun, wenn ihnen langweilig ist. Denn gestern war ich mit ein paar YouTube Mädels in Köln und wir haben uns an einem Hotelzimmer getroffen und dann kamen wir uns eine ganz spontane Idee, dieses Video zu drehen. Nimmt dieses Video nicht zu ernst, dieses Video soll eigentlich nur zur reinen Unterhaltung dienen. Und ich hoffe, ihr habt etwas zu lachen. Wenn es ist, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Schaut auf jeden Fall bei allen Mädels vorbei, die in meinem Video mitgewirkt haben. Also danke nochmal an euch Mädels, ihr seid die Geilsten. Und alle Mädels werde ich euch in der Infobox verlinken. Vergesst nicht bei ihnen vorbeizuschauen, vergesst nicht ein Abo dazulassen. Und ja, mehr habe ich eigentlich nicht zu sagen, außer viel Spaß bei diesem Video und wir sehen uns am Ende des Videos wieder. Ciao! Leute, können wir jetzt bitte endlich rausgehen? Oh, wir haben einen Nerven. Das war ganz cool. Ey, Kim? Oh, die ist voll schnell. Du wolltest doch duschen gehen. Ja, aber ich muss noch Level 21 schaffen. Und was mit dir, Tara? Ich muss noch meine Farbe gleich führen, dann können wir direkt. Leute, ich möchte endlich raus, okay? Dieses Spiel macht euch verrückt. Ihr habt doch genug gespielt. Ihr hängt da zwei Stunden jetzt da. Okay, übertreibt. Sie ist so einfach, sie ist nur Level 5 geworden. Hahaha. Ich bin gar nicht bei Level 5. Ich bin schon weiter. Ja, ja, guck. Wer es glaubt. So, jetzt nehme ich euch die Handys weg. Bye. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ey, Sarah, lass mal gehen. Ey, Leute, ich kann jetzt gerade nicht. Dieses Spiel ist wirklich richtig geil. Sarah, eben hast du es uns gesagt. Ich weiß, ich weiß, aber ich bin jetzt gerade richtig drin. Und ich bin jetzt bei Level 17. Ich habe euch alle überholt. Ich habe euch alle überholt. Nein, Tara ist Level 21. Oh, das Spiel ist so geil. Können wir das ein bisschen verschieben auf morgen oder so? Oh, komm her. Jetzt wird noch mehr. Die App, die wir alle gesuchtet haben, nennt sich Best Fiends. Und ich bin mir sicher, dass der ein oder andere die App kennt. Best Fiends ist eine kostenlose App, die ihr sowohl im App Store als auch auf Google Play findet. Den Download-Link zur App findet ihr in der Videobeschreibung. Und lasst euch mal unbedingt in den Kommentaren wissen, in welchem Level ihr euch befindet. Denn ich bin richtig schlecht in diesem Spiel. Kann ich auch so rausgehen, gleich? Natürlich. 2.000 Jahre später. Ich tage eins! Ich würde ja normalerweise nicht so über sie lästern, aber wir sind ja unter uns. Das geht auf jeden Fall ganz klar gar nicht. Nein, das ist eine Tatsache, eine gewisse Feststellung. Hallo? Ich würde ihr das auch sagen, wenn sie neben mir wäre. Ist sie zwar nicht, aber ich würde. Ich würde, ich würde. Ich würde auch. Oh Gott, sie ruft an, sie ruft an. Hallo? Hi Schatz, alles gut bei dir? Sag eine liebe Grüße. Ganz viele Grüße. Wir verwissen dich, Freunde. Schau, dass du nicht hier bist. Ja, es war spontan. Es war spontan. Mich, da bist du auf jeden Fall dabei. Alles gut. Ich würde dir machen, ist Besonderes. Okay, meld dich. Ciao. Das war's jetzt mit dem Video. Lasst mich unbedingt in den Kommentaren wissen, in welchen Punkten ihr euch wieder findet und was ihr gegen Langeweile tut. Das würde mich super, super interessieren. An alle Mädels, die in meinem Video mitgewirkt haben, vielen Dank nochmal an euch. Ich werde euch alle Kanäle und alle Mädels in der Infobox verlinken. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. Nicht vergessen, Mädels. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Würde mich jetzt nicht über einen Daumen nach oben führen und sage Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye.